1, 2, 3, let's go! So, zunächst erstmal willkommen im Fach Musik und dazu recht schönen guten Morgen zusammen. Heute lernen wir nochmal die Töne kennen, wie sie heißen. Und da ihr leider zu Hause bleiben müsst, habt ihr hier die Möglichkeit nochmal die einzelnen Notennamen bestens zu lernen, hier mit mir. Und wenn ihr genau aufpasst, dann seht ihr, dass auch nachher ein Lösungswort dabei herauskommt. Versucht jeden Ton einzeln zu benennen und dann werdet ihr nachher sehen, dass es einfach auch einen Satz gibt. Und dieser Satz macht auch Sinn. Hier werdet ihr Freude haben, und zwar weil es eigentlich ein bisschen das verkörpert, was ihr ganz gerne machen wollt. Und mehr will ich nicht sagen, jetzt schaut einfach mal, was dabei rauskommt. Die Lösung von der Aufgabe heißt, es gab badisches Eis, Waldmeister, Zitrone und Vanille. Lasst euch schmecken und habt Bock auf die nächste Aufgabe.